moin leute willkommen zurück zu einem neuen pokémon opening ihr seht hier schon das ist neu das habe ich mir letztens gekauft gott home wie bin ich gespannt was drin ist wir haben noch mal eine top trainer box die wir weiß nicht wann wir die öffnen vielleicht öffnen wir die auch gar nicht mal schauen und heute öffnen wir die reflex box die habe ich nämlich noch gar nicht geöffnet habt ihr nicht mal gefunden wieder da und bin gespannt was uns heute erwartet hier haben wir die reflex karte sehr sehr schöne karte ich bin gespannt stellen wir mal dahin ich glaube ich hoffe die bleibt mal stehen da haben wir ja die große reflex karte kommt dann auch zur kollektion die stellen wir jetzt mal einfach dahinter ist ja auch egal dann haben wir vier packs und wir haben was haben wir schwert und schild welt im wandel mit dem neuen artwerk was wir noch nicht hatten glaube ich mal zumindest noch ein schwert und schild und ein sonne und mondstunde der wächter nice ich würde sagen da machen wir schwert und schild zum schluss auf so und sonne und mondstunde der wächter machen wir direkt auf bin ich mal gespannt hoffentlich haben wir wieder pult unser pool lack pack lack war ja eigentlich ganz gut die letzten male so gut weg 1 2 3 4 zu befreund und ich sage wir haben blatt energie nein wir haben blitz energie ok blitz energie koste so plätscher hügel bis kargo da die ein lille mini ok ein tunnel das schöne alola vulpix das gefällt mir so schön das ist wirklich schön das gefällt mir ein fleckmann reverse kram box und ein macho maiolo ok cool kommt ein bisschen so oldschool feeling auf aber ist halt nicht das was damals war das wäre zu schön ok fall einfach um ist egal welt im wandel let's go warte ich muss kurz die karten weg legen nicht dass ich sie vermisse und komme ich damit nicht mehr so gut klappt also ja wir wissen noch nicht ob die etb öffnen werden oder nicht ich werde mir mal da was überlegen und ja 1 2 3 4 4 und ich sage wir haben zu show wir haben feuer ok feuer ein drazium z nice aranestro wo die sieht schön aus zug energie ganz cool seemobs ein baumboll ein baut ein schönes artwerk paragoni alola slimer lustig reverse kram box und wir haben ein xatu ok im moment ja es läuft nicht so gut aber vielleicht ändert sich das ja noch let's go wir haben ja noch die gotrom v box das könnte uns vielleicht noch rausreißen weil ich bin mal gespannt ich bin mal gespannt 1 2 3 4 und ich sage wir haben wasser nein diesmal wäre es sicher ok schade pokémon fänger fleck leon nice hatten wir auch noch nicht entwicklungsrauch das erinnert mich an pokémon go klebt die fuchs pupanzer lampi krabbi picochilla reverse intellion sehr schön und wir haben oh mein gott let's go metallplatte das ist unsere erste gold rare oh mein gott unsere erste gold karte holi shit let's go let's go die kriegt sogar ein schwarzes hier komm 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 schwarzen oh let's go nice da er war's sehr nice sehr cool lege eine metallenergie karte aus deinem ablagestapel an auf deiner bank an geil das ist unsere erste gold karte oh mein gott wir haben endlich eine gezogen let's go und wow ich kann es nicht fassen let's go das ist unsere allererste holy shit let's go so letzte pack kann uns das vielleicht auch noch ein toll geben oh mein gott ich bin gerade so zufrieden ich bin so happy wow 1 2 3 vierte frauen und ich sage wir haben blatt na wir haben wasser egal let's go kerada flunschling kickelu mmeon rion roselia kastadur krabbi gott rum und ein maritelit egal sehr sehr nice wir haben zwar einen einen pull naja und die holo aber die ziehe ich jetzt nicht mit aber wir haben es endlich geschafft eine gold karte zu pullen holy moly sehr sehr nice unsere allererste gold karte nice 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 und damit verabschiede ich mich für heute in diesem video das nächste mal kommt dann die gott rum wie karte jo reflex bleibt mal da bleibt mal auf boden und ja mehr brauche ich nicht mehr zu sagen let's go bis zum nächsten mal haut rein schau